Herzlich Willkommen zurück zu Pokémon Ultramond. Im letzten Part haben wir Nekrosma gefangen und sind schon ein bisschen durch Mount Lanarkila gelatscht, also durch diesen eisigen Teil hier von Mount Lanarkila. Und ein... oh, kein Finontor, der uns entgegenkommt, sondern ein Golwart. Ja, ich hab so einen Daumen mal nach vorne gepackt. Einfach, ähm, weil, damit der mal ein bisschen Level bekommt. Das ist nämlich der mit dem geringsten Level bei uns im Team. Und passenderweise ist Eis anscheinend sehr effektiv gegolpert. Weil, schau mal, weil Flug, ah, Flug ist schwach gegen Eis. Gut zu wissen. So. Sandama brauchen nämlich ein paar EP. Und wir haben ja jetzt den Glatium-Z Sandama gegeben, damit wir endlich mal Z-Attacken mit Eis machen können. Was auch sehr gut ist. Das hat mir ja auch die ganze Zeit gefehlt. Warum geht's hier nicht weiter? Sie ist ein Labyrinth. Wollen wir da lang? Ach ja, da oben gibt's ja auch noch lang. Ist das da so ein Stein, um Evoli zu, ähm... Ich weiß nicht mehr, wie die Eisentwicklung von Evoli heißt. So, die Eisentwicklung von Evoli zu entwickeln? Ist das so ein Stein? Eigentlich sind diese Steine immer so hervorgehoben. Im Wald gibt's ja auch so ein Grün. Bei der Dschungelprüfung. Machen wir da Eisbär. Eisbär war eigentlich relativ safe. Wenn er zweimal trifft, sollte das gut sein. Jawohl. Das macht Sandama gerade sehr gut. Wenn Finontor kommt, ist Sandama nicht so nützlich. Aber wenn Golbert kommt, können wir das mal eben nutzen. Ist das so ein Stein? Ja, das ist der. So. Warum läufst du um diesen eiskalten Stein herum? Stehst du auf Kälte? Ich bin zum Beispiel sehr froh, dass es jetzt so langsam wieder Frühling wird und es ein bisschen wärmer wird. Ich hasse Kälte. Ich hasse das. Im Molga. Ich mag den Winter nicht. Ich bin ein Frühlingsmensch, aber Sommer ist dann auch schon wieder zu viel. Frühling ist perfekt. Alles bis 24 Grad ist geil. Ab 10 Grad. Von 10 bis 24 Grad. Alles ist geil in dem Bereich. Alles andere ist zu viel oder zu wenig. So. Im Molga easy game. Weil Im Molga ist auf Flug. Und der kriegt Sandama auch schon sein Level. Sehr schön. Schön, dass die alle noch ein Pokémon dabei haben. Ist sehr angenehm. Da oben. Oh Gott, was geht denn da oben ab? Okay. Da oben sind auch nochmal ein Dual-Kampf. Wie leist du? Zwei. Okay. Und die da oben haben dann drei. Gelatino. Oh nee. Da hab ich jetzt nix gegen. Außer Stahl ist gut gegen Eis. Stahl gut gegen Eis? Tatsächlich ist Stahl gut gegen Eis. Oh lolol. Haha. Selbst Eisgegner haben keine Chance gegen Sandama. Oh nice. Traunmagiel. Traunmagiel. Psycho. Ei. Käfer, Geist, Käfer, Geist, Käfer, Geist. Wir nehmen Donarion. Traunmagiel ist aus Gold, ne? Und Traunfugiel ist die Vorentwicklung. Glaube ich, ne? Glaube ich, ne? So hießen die. Aber die sind aus Gold, glaube ich, ne? Silbergold. Und das glaube ich Geist und nicht Psycho. Ha. Ach, okay. Durch nur Geist. Äh, dann machen wir Donar. Dann hat Psycho-Tacken. Okay. Okay, das hat gut Aua gemacht. So. Okay, was haben wir hier oben? Vater und Sohn. Äh, Ass-Trainer. Veteran. Okay, das ist doch nicht Vater und Sohn. Die hängen einfach zusammen rum. Finden die cool. So. Meister und Schüler. Ja, 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 fast Vater und Sohn. Für Nonntor und Donarion. Okay. Boah, fünf Pokémon. Fett nicht fett. Ähm. Essensschädel ging ich für Nonntor. Äh, Z gegen Donarion. Ach, also nicht Z, äh, die Psycho-Klinge gegen Donarion. Kann ich angehäufen, ist klar. Oh, nimmst du den mal bitte. Nice, danke. So, Finontor ist weg. Schaufler ist uncool. Boden. Ist Boden gut gegen Stahl oder so? Ja, leider. Oh, Despotar. Oh, Despotar. Mag ich auch. Despotar mag ich. Äh, Kanamanero. Du bist gerade uncool. Tauschen. Nein, stopp. Nicht Sandama tauschen. Doch, Sandama tauschen. Äh, gegen Gewalter. Äh, Kanamanero wird getauscht gegen, ähm, Tandrak. So, kann sein, dass Tandrak jetzt den Schaufler abbekommt. Aber Gewalter sollte nicht von der Bodenattacke getroffen werden. Schwebe wirkt. Ach so, wegen Donner. Äh, wegen dem Erdbeben. Und Gew... Das... Oh Gott. Oh. Gut, allen weh. Ähm, Steinkante sehr effektiv auf Donarion wahrscheinlich. Ja, genau. Und Tandrak ist eigentlich sehr effektiv gegen Despotar. Weil Despotar ist Drache, soweit ich weiß. So. Sehr viel EP. Sehr schön. Ach, das macht Tandrak jetzt natürlich platt. Ja. Oh, ein... Oh, Tandrak hat überlebt. Mir zuliebe. Das ist sehr nett. Komm mal den Drachenpuls noch raus. Ist nicht sehr effektiv. Despotar ist nicht Drache? Ach, come on. Ist Sandsturm. Hm. Was war Despotar? Ist Despotar Boden und noch was? Ist der Boden und noch was? Weil der kann ja auch Sandsturm. Aber früher war der doch Drache, oder? Uh, Vostelka. Ähm. Die hauen hier Pokémon raus. Lieber Scholli. Ähm. Flying Press machen wir, weil das ist Flug und Kampf. Kann man gucken, ob das wirkt. Und dann machen wir Laubklinge gegen Despotar. Das wirkt, aber nicht sehr effektiv. Despotar ist anscheinend Boden. Das ist sehr effektiv. Okay, cool. Wird der Sandsturm auf, wenn der tot ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Gewalt heißt einfach schon Level 70, ey. Gewalt hat nicht viel zu viele EP durch den... Tauscheffekt, ey. Hier rupen. Bist du Stahl? Oh. Kack Sandsturm. Kann der mal aufhören? Ei. Du bist Stahl. Glaube ich. Gegen den haben wir auch noch nicht gekämpft. Ähm. Dann mach mal. Aber Kampf bestimmt auch. Mann, Laubklinge. Gucken wir mal einfach. Wird schön, wenn der doofe Sandsturm aufhören würde. So, der Schüler hat schon mal keine Pokémon mehr. Bunnlicht ist er. Okay. Nicht cool. Bunnlicht ist er also. Nicht sterben. Okay, dann müsste ja eigentlich der Durchbruch... Früchte tragen. Gibt zwar auch schon was Havaro aus. Sicherheitshalber. So. Sehr gut. Und da mal. Sehr schön. Und Silvaro auch. So. 8000 Poké-Dollar. Das war ein anstrengender langer Kampf. Ich hoffe, dass ich hier nach... Mal wieder eine Heilungsmöglichkeit bekomme. Gut und tue. Okay. Rotom will mir schon wieder was erzählen. Also schon wieder... Hilfe, was ist denn? Du träumst ganz schön oft Silvare, Rotom. Komm, ich möchte, dass du den Rotomaten noch raushaust, bevor wir da wo fahren. Und ich habe hier sehr viele Sterne in letzter Zeit. Und das sind meistens EP-Bons. Ach, heute mit Schnäppchen-Bon. Okay, cool. Ich mache aber mal kurz ein Save. Nein, ein Save. So. Cool. Fahren wir mal hoch. Weiß nämlich nicht, ob da oben irgendwie ein Kampf kommt. Ob der mich nicht vorher heilt. Oder keine Ahnung. Ein Center. Halleluja. Ein Trainer. Schwennen wir rein. Ich lese die jetzt nicht vor. Ich höre ihm einfach nur zu und drücke das durch. Weil er schwärmt jetzt hier vom Mount Lanakila, wie sie die Pokémon-Liga hierhin gebaut haben. Bla, 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 bla. Stehen wir echt tatsächlich jetzt schon gleich vor der Liga? Oh mein Gott. Das kommt mir gar nicht so vor irgendwie. Kommt mir gar nicht so vor. Soll ich den Krossma mal mitnehmen? Ich kann den Krossma ja nicht fusionieren mit Lunala und Solgaleo, oder? Hab die ja nicht. Wie komisch. Eine komische Art und Weise, das Hand zu haben. Was für ein Level hast du denn? 65. Du bist Psycho. Damit würde ich mein Psycho-Unlicht aufgeben. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich würde es aber schon gerne ausprobieren, aber mir gefällt das nicht. Sortiment erweitert. Oh ja. So, ich will kaufen. Und zwar. 99. Nein. 15 Hyperbillen. Einige Tränke. Einige Beleber. So. Habe ich Sachen zum Verkauf? Ich habe mal einen Sonderbombo. Ähm. Nekrosol verkaufen. Ich glaube, ich habe nichts zum Verkauf. Ich habe alles schon verkauft. Okay. Hast du was nichts Cooles für mich? Hast du was Cooles für mich? Madame Erinnerung. Oh, welchen Pokémon wollte ich nochmal die Attacken wieder beibringen? Bei welchem war das? Habe ich mich richtig geärgert. Was? Silvaro? Schreibt mir das mal in die Kommentare, bitte. Ihr wisst das bestimmt noch, wo das war. Oh. Welches Pokémon hatte ich denn die Tacke weggedrückt aus Versehen? Die ich eigentlich ganz gut fand. Gab da eine? Okay. Wir sind hier oben auf Mount Lanakiller. Da sieht man sich das hier oben alle ganz cool an. So. Kukui ist hier am Start. Machst du hier? Was? Was? Die Idee ist, wo finde ich sie? Route 3, Route 5, Fukunani, Route 12, Ula, Ula. Oh Gott. Dann ist er hier der krasse Trainer, den wir bekämpfen können. Weiß nicht, ob ich das will. Will ich dieses? Drücke hier die ganze Zeit A, ob hier Items liegen. Dann kann man hier abbiegen. Ah, weil man hier Fotos machen kann. Was gibt's denn hier? Schon lang nicht mehr gemacht. Ein Gelatino. Oder wie es heißt. Oh Gott. Noch mehr? Wenn du noch irgendwas machst, dich freust oder so, wäre voll toll. Nee, das war nicht gut. Der fliegt gerade auch nicht nett, ne? Der fliegt nie irgendwie in meine Richtung. Mit dem Gesicht. Beim ersten Mal war das voll gut. Jetzt. So. Ich glaube, da ist sogar das Bild, das Bild am besten. So. 4,9 und Bewertungsrekord war bei 4,7. Nice. Und bei 100.000 gibt's Sucher 4. Was ist, ist Gelat, ich weiß den Namen nicht. Gelato noch am Start oder ist jetzt ein anderer am Start? Ein Sandan oder so. Nee, es ist, oh, es ist viel schneller. Was ist denn da los? Holy shit. Holy shit. Ach, verdammt. Wo krieg ich ein geiles hin? Jawohl. Nee, das war gut. Das war auch gut. Das war auch gut. Krieg ich mehr Punkte, weil's schneller war? Das ist gut. 4,5. Ah, vathe. So. Hätten wir das auch mal erledigt für heute? Okay. Wir haben jetzt bestimmt noch ein Gespräch mit Kukui, wenn wir da hochlaufen. Da steht er. Muss ich noch gegen Kukui kämpfen? Ist der nicht friert? Ich gratuliere, Nephias, du hast es bis hierher geschafft. Du hast alle Prüfungen erfolgreich absolviert, selbst die großen Prüfungen. Was für eine fantastische Leistung. Ist die nicht kalt? Nicht im geringsten. Mein Herz brennt schließlich heißer als eine lohe Kanonane. Es hält mich von innen warm. Dann wartet auf dich eigentlich nur noch eine Herausforderung, die Pokémon-Liga. Darauf kannst du dich dann schon mal freuen. Im Moment, Mount Lanakila war seit ihr der Ort, an dem der Abschluss der Inselbeinerschaft feierlich begangen wurde. Unserem legendären Pokémon zu ehren, haben wir uns darüber hinaus dazu entschlossen, unsere Pokémon-Liga hier oben zu gründen. So nahe dem Himmel wie nur irgend möglich. Ich erinnere mich noch, als wäre es erst gestern gewesen. Ich stand auf dem Indigo-Plateau vor dem Hauptquartier der Pokémon-Liga Kantos und war selbst drauf und dran, die Top-4 herauszufordern. Was haben mein Team und ich nur einstecken müssen bei den Arena-Leitern in Kanto? Doch meine Pokémon haben nie aufgegeben. Sie haben ihr ganzes Herz durch jede einzelne Attacke gesteckt. Dieser eine Trainer mit dem Umhang und dem Drachenattacken hat mich am Rande einer... Entschuldige, ich will dich jetzt nicht mit einer alten Geschichte langweilen. Geh einfach hinein. Aber sei auf alles vorbereitet, hörst du? Wenn du da erstmal drin bist, musst du das auch bis zum Schluss durchziehen. Ich will nicht. Der Pokéball-Effekt anzuwackeln. Die Zivarok haben rausgesprungen. Was ist denn jetzt los? Dieses Pokémon war das erste, das du dir auf deiner Reise ausgesucht hast. Du erinnerst dich an all die Abenteuer, die ihr zusammen bestanden habt. Der Sieg ist bereits mein. Okay, ich bin davon überzeugt. Super, ey. Was mit Zivarok? War das bei Gold auch so? Äh, bei Gold, bei Sonne und Mond auch so? Ich weiß es gerade gar nicht. Und, ka-ching. Schon wieder ein Stück. Was ist denn los? Bei der Pokémon-Liga erstmal EP-Bons rausziehen, wa? Schön, EPs schnabulieren. Ah, ihr beiden. Will ich da echt rein? Ich würde aber sagen, wir schauen im nächsten Part mal rein, ob wir dafür irgendwie... Ich glaube nicht, dass wir dafür gewappnet sind. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen trainieren müssen. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon-Ultramond. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.